hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video ich wurde ja nun schon oft gefragt wie wir hier diesen whirlpool bergen die luft ablassen und wie wir den winder festmachen oder beziehungsweise einpacken für den winder und das erkläre ich euch jetzt in diesem video als allererstes lassen wir hier das wasser raus wie ihr das hier schon sehen könnt das habe ich jetzt schon gemacht entweder könnt ihr das hier unten über das frontier rauslassen und dann schließt ihr hier einen schlauch an damit das wasser abläuft ich benutze dafür aber eine tauchpumpe dann wischen wir den pool trocken dann lassen wir die filterpumpe hier noch mal laufen und zwar auf blubbern stellen und das 15 minuten laufen lassen damit auch wirklich aus den ganzen schlauchringen den ventil das wasser raus ist und trocken ist dann zieht wir hier den filter ab der muss runter da kann euch natürlich auch noch mal passieren dass hier ein bisschen feuchtigkeit rein lag aber das ist gar kein problem das wischen wir einfach noch mal weg so als nächstes lassen wir einfach die luft raus das ist nämlich ganz einfach wir öffnen einfach hier unten das ventil wo wir auch die luft rein gemacht haben wird einfach aufgemacht und dann wird der hier raus gedreht den kann man raus drehen das nutzen wir nicht fest und schon entfernt sich die luft ja dann knicke ich den hier einfach ein bisschen ein ein bisschen wie lein denn ist ver Okay. So, ihr seht ja jetzt nun, der Pool ist hier unten noch ein bisschen dreckig, aber das ist kein Problem, weil es hat ja nur einen Tag lang geregnet. Das war der einzigste trockene Tag, aber dann wischt ihr das einfach ab, nachdem ihr den zusammen gefaltet habt. Spätestens im Frühjahr, wenn ihr den wieder aufstellt, könnt ihr das ganz leicht entfernen. So, und das war schon der ganze Zauber. Ich mache den jetzt nicht sauber, ich trockne den auch nicht weiter ab. Ich werde den jetzt auch nicht in den dazugehörigen Sack stecken. Ich nehme den mit zu meiner Halle und dann kommt der nochmal ausgebreitet und dann lasse ich den abtrocknen. Oder wie gesagt, ihr macht das schon bei Zeiten, wenn es nicht mehr so viel regnet, dann könnt ihr das einen Tag stehen lassen. Und dann ist das abgetrocknet verkehrt rum. Dann braucht ihr es nur noch abfegen oder Boden, Garage, je nachdem wo ihr Platz habt. Ja, das war es schon, so baut man den zusammen, macht den Winter fest und so lasst man die Luft raus. So, ich zeige euch jetzt doch nochmal, wie man das hier in diesen Back einpackt. Ihr schiebt den Sack hier einfach ein bisschen drunter. So, und dann heben wir das ein bisschen an. Damit passt er auch wieder wunderbar in den Sack rein. Das Kabel schmeißen wir hier oben einfach rein. Dann machen wir den einfach oben zu. Und so ist unser Whirlpool. Eingepackt. So, das war es. So einfach ist das. So einfach ist der Winter fest zu machen und die Luft raus zu machen. Und nächstes Jahr könnt ihr den wieder einfach benutzen und einfach wieder auspacken. Wasser rein. Befüllen. Fertig. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Tschöööö. Tschöööö. ¶¶ Untertitelung des ZDF, 2020